Opa, wo sind die deutschen Soldaten? Hecken-Schütze! Hecken-Schütze! In die Gung! Langt unten! Biebel, folge meinem Feuerstoß! Unterfjahr! Unterwegs! Die Gäste davon! Hecken-Schütze! Schuss! Hecken-Schütze! 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 Weiter auf das Fensterfeuern! Hecken-Schütze! Hecken-Schütze! Kommt schon! Weiter geht's! Los! Weiter vor! Weiter vorrücken! Los, rück weiter vor! Auf den Durchgang! Auf den Durchgang! Halt! 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 Benkowski, siehst du den Krautschützen im Keller links? Willst du ihm eine mitgeben? Ah, ich verpass ihn dir zuliebe in der Ladung! Lug nicht! Vorsicht! Warten bis ihr näher kommt! Wartet! Wartet! Feuer! Fick euch, ihr Krautsch! Fick euch, ihr Krautsch! Ach, verdammt! Gordo! Vorwärts! Wir müssen heilig aufpassen! Die können überall sein! Gordo! Halt rechts, drei Uhr auf dem Platz! Mitkowski, fahr ins hintere Ende und gib uns Rückendeckung! Geht klar! Bist du bereit? Fertig geladen! Anvisiert! Feuer! Panzerabwehr, schwenk links! Schieß eine Brandgranate ins Pferdgeschoss! Ist drin, Beut! John, wieder fast! Feuer frei! Nein, die kochen schon! Los, los! Boah! Gut geschossen, Kleiner! Immer schön weitermachen! Lass sie doch einfach weiterbrennen! Achtet auf die Häuser! Vor allem die Eingänge! Gordo, hier halten! Bitte! Hören Sie auf zu schießen! Komm her! Die Soldaten, die noch da sind, möchten sich ergeben! Wir ergeben uns ja! Der Krieg ist vorbei! Gott sei Dank! Sag ihnen, sie sollen rauskommen! Ohne Waffen und mit erhobenen Händen! Kommt raus! Winkowski, Feuer im Geschoss in die Bank, falls die uns auf die Probe stellen wollen! Mit Vergnügen! Mit erhobenen Händen! Ohne Waffen! Achtet auf die Tür! Achtet auf die Tür! Das sind ja Kinder! Passt auf den da auf! Kommt weiter raus! Die Hände bleiben oben! Da kommt! Da kommen Sie! Nicht aus den Augen lassen! Ja, da nach drüben! Und nicht auf die Kinder schießen! Los! Warum guckst du so Sauerkraut? Was ist los? Du! Du! Bürgermeister! Hat der da die Kinder gehängt? Klappe! Klappe! Ja! Hey! Er schießt den da! Den hier? Ja, ihn, den Schwanzlutscher von der SS mit dem lahmen Flügel! Hoho! Hey Angel! Der gehört dir! Auf Wiedersehen, Arschloch! Lieser Victor! Riesser Vixer! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020